Hallo und Willkommen hier wieder zu Pokémon News und zwar gibt es wieder ein paar Rotoms, ja, ich gehöre neben den drei vorigen, den normalen Elektro, den Feuer und den Wind, Rotom gibt es hier jetzt auch noch zwei Wasser, also einmal eher mehr Eis und einmal Wasser und Frostrotom hat 90 Leben oder HP, HP, eine Fähigkeit wieder und einen Angriff mit 10 Plus. Schauen wir uns mal die Fähigkeit an, wer hätte das gedacht, Rotomotor braucht neun oder mehr Pokémon, Ausrüstungskarten auf dem Ablagestapel und dann ignoriert man einfach die Kosten dieses Pokémons. Ja, was soll man dazu sagen, es ist extrem gut, ich meine zuerst mal diese fünf, ah, neun Dinge da runter bekommen und dann haben die einfach alle keine Kosten mehr. Ja, heftig, okay, die Attacke ist ziemlich energieharmlos, sag ich mal, einmal Wasser und einmal irgendwas, Frostcrash macht 10 Plus Schaden, diese Attacke macht 20 mehr Schaden für jede Energie. Was für jede Energie, die an allen des gegnerischen Pokémon angehängt sind, das ist ja heftig. Wenn der jetzt fünf Energien da schon mal alleine hat, macht es schon 100 und das ist auf allen Sinnen Pokémon. Wow, okay. Okay. Gut, ähm, Schwäche mit halt zweimal, Resistenz nichts und nur eine Rückzugskosten. Ähm, ist auch nicht so schlecht hier. Dann gibt es noch das Washrotom. Sieht so aus, wieder auch 90, eine Fähigkeit, ein Wasser und zweimal egal welche. Ja, schauen wir uns da mal die Fähigkeit an, natürlich wieder Rotomotor, einfach wieder genau dasselbe. Und da ist es wieder wesentlich besser, drei Energie, die wir sind einfach nicht braucht, die Wash-Error. Ähm, diese Attacke macht 50 Schaden an eins der gegnerischen Pokémon, die auf der Bank ist. Und Schwäche und Resistenz wird nicht angewendet. Nicht so schlecht eigentlich, ja. Wenn der Gegner sich zurückziehen will von den ganzen anderen Rotom-Attacken, dann kann der einfach den Rest geben. Ähm, Schwäche ist zweimal Pflanze, keine Resistenz und nur eine Rückzugskosten. Und dann, sehr gut. Dann gibt es auch noch hier ein paar andere Karten hier drinnen, zum Beispiel Spirit Bomb oder Crypt Book, glaube ich, heißt der bei uns. Ähm, ja. Ja, die erste Attacke ist, ähm, kann zwei Supporter-Karten suchen. Der Gegner zeigen, die Hand nehmen, okay, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Dafür am Anfang zumindest. Ähm, die andere ist Melody mit 10 Schaden. Und während der nächsten Zuge ist das Basis-Pokémon, welches durch diese Attacke getroffen wurde, kann nicht angreifen. Auch nicht so schlecht, ja. Und keine Schwäche, keine Resistenz, ein Rückzugsding. Dann haben wir hier noch einen, in englischen Drapion. Okay, nur mit einem Angriff mit 100 Schaden. Und das gegnerische Pokémon ist dann, also das aktive ist, dann paralysiert und vergiftet. Braucht aber dafür vier Energie, das ist schon ein bisschen viel. Dann Abu, Abu Maslow. Okay, ich kenne die englischen Namen alle nicht, okay. Ähm, die deutschen Namen ich auch nicht, komischerweise. Ein paar kenne ich aber, die speziellen da jetzt nicht mehr so. Hat eine Fähigkeit, Blessing of the Frost-Covered Trees. Ja, wenn man dieses Pokémon von der Hand spielt, um eins der Pokémon zu entwickeln. Man kann eine Wasserenergie vom Ablagestapel an eins der Pokémon anlegen. Ja, das ist sehr gut eigentlich. Und die Attacke mit einer Wasser- und drei Normal-Hypno-Hammer, 80 Schaden. Und das gegnerische Pokémon schläft ein. Obwohl schlafen finde ich nicht so gut, das kann man sehr leicht immer die Minuswürfler gleich automatisch wieder wegmachen. Naja, okay, dann hier. Eins, nie, die Werteentwickeln von Sneakles, Sneakbono? Ich glaube Sneakbono. Okay, ähm. Erste Attacke, Ice-Twin, 10 Schaden. Und das gegnerische Pokémon ist eingeschlafen. Okay, Zeitattacke nur mit einer Dunkel-Ding- oder Finsternis-Energie, Unlicht, Dark Command, 50 Mal Schaden. Oh, okay, die Attacke ist ziemlich gut. 50 Schaden mal der Nummer der gegnerischen Pokémon mit Fähigkeiten. Normalerweise spielt man ja mehr Pokémon mit Fähigkeiten, aber die Attacke ist wirklich heftig. Wenn der Gegner vier Pokémon mit Fähigkeiten hat, macht das einfach mal 200 Schaden. Heftig, heftig. Okay, dann noch ein Cressilio. Es muss immer ein Cressilio liegen, die dabei sein, okay. Ähm. Basis-Pokémon. Die erste Attacke ist eine Psycho-Energie, Crescent-Moon-Turn. Ähm. Zeige eine Energiekarte von, also nein, werfe eine Energiekarte von diesem Pokémon ab. Okay, und man tauscht dann einfach die Schadensmarken von diesem Pokémon mit den Aktiv-Pokémon. Auch nicht so schlecht, aber naja. Okay, dann, also wenn der Gegner dann wirklich schon viel Schaden, auch schon, also nein, das geht auch nicht. 120 Leben. 110 draufhauen und dann switchen oder mit Schadensentferner oder da, wo man das halt so verschieben kann, die Schadensmarken. Das ist vielleicht dann noch eine Strategie, aber sonst, glaube ich, ist man da nicht so wirklich Druck dran, wenn man das macht. Außer wenn der Gegner wirklich nichts hat und man switcht es um, dann passt es auch schon wieder. Also, dann die Zeitattacke ist eine Psycho-Energie und zwei Normal-Psychic heißt das, 60 Plus Schaden. Und dieser Angriff macht 20 mehr Schaden. Mal der Angriff der Angriff. Okay, das ist jetzt auch nicht so schlecht jetzt eigentlich. Ähm, ja, das war's auch schon wieder. Also schwäche eher 2 volte ich hier. und ich bin gespannt was mit den roten bisher ich glaube diese roten werden sowas von dermaßen einschlagen jetzt ist ja schon 25 20 karten 20 pokémon schon mal für allen für roten weil ich glaube nicht dass das als ich ich hoffe nicht dass das eine rotung zeichnet das eine rotung als einen anderen namen eigentlich es ist so wie gewalt und gewalt x da habe ich ja davon beiden mehrmals eingeben glaube ich oder wenn nicht dann bitte mir das in kontan richtig bestätigen aber ich denke schon dass es nicht weil dann wird es extrem heftig weil einfach 20 rot und reinhauen und braucht nur irgendwelche karten wo man die ausrüsteten karten wegfetzt und ja schon hat man pokémon die was keine kosten brauchen und greifen einfach voll an der gegner darf nicht mal zeitpreiskarten ziehen weil sie alle normale pokémon sind eigentlich und das sind sogar alle basis pokémon das ist wirklich so extrem gut ich schau mal was sich ändern wird aber bis dahin bis zum nächsten mal